Guten Morgen nach Rüsselsheim, hier ist Achim Weidner, Stadtverordneter, Internetbegeisterter, Technikinteressierter und ich bin heute hier, um den Quantensprung hier anzuschauen. Ich bin auf dem Stand der AdamOpel AG hier in Halle 8. Ich zeige euch mal mit dieser tollen Technik, Selfiestange nennt sich das, was denn hier so passiert in Halle 8 bei Opel. Ich habe heute Mittag mal einen Termin mit den Social Media Verantwortlichen, die hier auch von der Messe live berichten. Und dann ist natürlich das große Thema automatisiertes Fahren. Das hatten wir ja die Woche schon mit Landtagsabgeordneten Opel-Ingenieuren in Rüsselsheim ausführlich diskutiert und Sachkunde gemacht. Und was natürlich heute interessant ist, das ist dort hinten der Stand von Opel OnStar. Das werde ich mir jetzt mal von einem Mitarbeiter erklären lassen. Damit Internet und Auto verschmilzt und wir da neue Anwendungen haben und das einfach mal testen und schauen, wohin die Reise führt. Also bis später.